So, Willkommen zurück zu Days Gone. Heute geht es weiter mit der Story. So, YouTube-Moderation fertig. Die Leute im Chat denken immer, der ist doch bescheuert, man. So, der Mechaniker. Wir konnten hier noch nichts machen, ne? Ne, wir konnten hier noch gar nichts machen. Hat er gerade jemand gesagt? Sieht gut aus, danke. Du eventuell auch. Ich weiß noch nicht, wer es genau gesagt hat. Achso, die meinen den tollwürdigen Hund, glaube ich. Nicht mich. Der tollwürdige Hund sah gut aus. So, wir haben eine Mission, die mir gerade noch gar nicht so klar ist. Wo haben wir denn gestern aufgehört? Ach ja, hier, das Camp, ne? Macht das Camp ausfindig. Rache auf dem Berg. Ne, Rauch auf dem Berg. So, wir sollen jetzt gucken, wo der Rauch herkommt, den wir in der letzten Folge gesehen hatten. Na dann, let's go. Boah! Ne, oh, alter, das Motorradfahren macht ultra Bock hier in dem Game. Ich glaube, wir müssen hier mehr Pflanzen einsammeln. Die haben voll viel gebracht. Ist das so das, wo man im Early-Game wahrscheinlich Sachen bekommt? Also Sympathie-Punkte, Camp-Punkte? Und später macht man das durch andere Dinge? Was ist das denn da? Ich muss hier meine Mausshands ein bisschen höher machen. Zum Baum? Achso, das hier. Ach, cool! Hä? Zetern-Setzling. Ja, cool. Zetern-Setzlinge, sehr wichtig, dass wir die dann abgeben werden. Fühl ich. Fühl ich auf jeden Fall. Die sehen natürlich auch so aus, als würden die Nachfrostung betreiben, weißt du? Zumal du hast es ja gar nicht mehr nötig. Zombie-Apokalypse. Der Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, alles abzuholzen. Es gibt nicht mehr so viele Menschen. Ich glaube, nachforsten musste gar nicht mehr. Wahrscheinlich in tausend Jahren wieder. Wenn die Menschheit wieder ein bisschen expandiert ist. Booshman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Eben. Also, Boosh, stell dich mal nicht so an. Ich weiß. Du hast es noch nicht mitbekommen, Boosh. Aber ich sitze vor einem Radar. Das Radar führt mich überall hin. Ne? Mit einer gelben Linie. Ich weiß. Das klingt verrückt. Das klingt total verrückt. Aber die gelben Linien sind wahr. Die sind voll true. Die sind real. Man muss denen nur folgen. Man kommt immer zum Ziel. Guck mal da. Da sind wieder zwei blaue Fragezeichen. Weg. Jetzt gucken wir mal, ob das die Füchse waren. Das war jetzt hier, ne? Warte mal, wenn das die Füchse waren, sind wir tot, ne? Wahrscheinlich. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, das ist irgendein anderes Camp. Ich sehe hier gar keine Leute. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Danke, Dick. Was? Freaker-Infizierung. Freaker-Infizierung sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich die Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tage zu ruhen. Verbrenne alle Nester bei einer Infizierung, um einen Schnellreiseweg zu öffnen. Oh, das ist cool. Oh, ein Lager. Ja? Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Alles klar, das ist cool. Nein. Nein. Lebt er dann? Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Wie? Oder? Erledige sie bei Tageslicht. Dann sind das zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Auf jeden Fall hier drinnen, ne? Ja, schon mal schöne Hinweise bekommen. Wir haben quasi die Qual der Wahl, ne? Pest oder Cholera. Machen wir es in der Nacht. Sind es nicht so viele, aber dafür sind sie stärker. Ich war gestern hier und hab da in die Ecke geschissen, das weiß ich ja nicht. Ist das hier ein Nest? Ja, ne? Das ist ein Nest. Ich sehe gerade, wir haben drei Molotovs und hier sind vier Nester. Okay. Frei, hör frei. Es ist ein Kalt draußen, da heiz ich euch ein bisschen ein. Oh fuck! Ja, nicht schlecht. Wie die manchmal ausweichen können, Digga. Ich prügel mal einen Tod. Ich prügel einen Tod. Oh! Bleib schön auf dem Boden liegen, mein Freund. Das tut ihr sonst nicht gut. Ich schieße sonst nochmal. Ja, Pest oder Cholera halt, ne? Ähm. Warte mal, ich stelle mal noch einen her. Können wir hier den Lappen nehmen, der hier liegt? Ich kann nicht brauchen. Sehr gut. Und schon können wir wieder einen herstellen. So. Den haben wir ausgenommen. Schnellreisepunkt. Ja, supi. Okay. Komm jetzt. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich will nichts sagen, aber das ist auch schon weg, das Nest hier. Ach, das ist oben drin. Oha! 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 Nein, keineribleiln mehr. Oha! 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 keine Waffe. Ich hab... Ich hab einfach... Hä? Die hatte ich grad nicht. Die hatte ich grad nicht. Ich... Das... Ich kenn das! Ja! Scheiße! Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Danke, Dick. Gott, verdammt! Ist das euer Scheißhaus? Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Das ist die reinste Todesfalle. Ganz schön kalt draußen, hm? Da heiz ich euch ein bisschen ein. Ja, man. Macht das mal. Nein, Dick. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Der hat uns gar nicht, ne? Oh, da... Das ist die batallisch. Das war mehr, aber sie sind nicht so stark. Ich muss nachleihen. Warte, ne Munitionsverschwendung. Okay. Einen erst weniger. Kam jetzt nur einer, ne? Vielleicht jetzt noch... Hier kam jetzt tatsächlich nur der eine. Oh, ist das dumm gemacht mit der Steuerung manchmal. Willst du anvisieren? Oh! Oh! Digga, nice, Mann. Könnte nützlich sein. Geh da ran, um es zu nehmen. Warum machst du immer so einen auf Padawan? Okay. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ich glaube, das ist eine typische Konsolenkonvertierung. Von Konsole zu PC. Ich finde dieses Mausrad echt sinnlos. Ich finde alles auf dem Zahntasten wie geil. So, ich gehe jetzt hier wieder raus. Da hast du recht aus. Es muss reichen. Noch drei Schuss, wenn ich das richtig sehe. Und nichts mehr zum Nachladen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir haben einfach zu wenig Muni dafür. Und im Nahkampf ist es echt ein bisschen kritisch. Weil, wenn wir eins kaputt gemacht haben, kommen halt einfach drei, vier raus. Na ja. Ich kann natürlich. Pass mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ist das hier eins? Okay, die können durch Feuer durchlaufen. Juckt die gar nicht. Geil, Mann. Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass sie so Herkulesse sind. Hallo? Ist da jemand? Hier ist noch einer drin. Alter, der ist einfach... Was? Ist der drin oder... Lol, da ist er wieder. Der Gude, der von oben kam. Okay, jetzt haben wir nur noch das Nest da oben. Komm, dann machen wir das jetzt noch. Und dann ist... Dann haben wir es doch geschafft. Ich dachte, man kann die auch anbrennen. Hä, warum kann man die Zombies nicht anbrennen? Oh, fuck. Oh nein, oh, wir brennen. Jetzt musste ich aber sehr präzise schießen. Richtig. Wir fahren mit den Nest da weg. Ich würde aber behaupten, dem oberen Nest gibt es keinen Scheiß. Das waren alle hier drin. Hä? Jetzt kam doch nur einer raus. Irgendwie viele wären jetzt nachts rausgekommen. Noch einer oder was pro Nest. Gibt es halt gar nichts, ne? Jetzt haben wir einfach nur für eine Schnellreise die Nester weggemacht. Naja, cool. Cool, cool, cool. So, was ist jetzt mit den Wölfen? Die schaffen wir nicht, ne? Also, ich glaube tatsächlich, hier waren jetzt wieder Wölfe da, wo wir hergekommen sind. Hm, das geht bestimmt schnell hoch. Ja, ich glaube auch. Ich kann mir sehr gut vorstellen... Oh nein. Ach du Scheiße. Äh, können wir aber jetzt nicht machen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da sind wir uns, glaube ich, echt alle einig. Was ist hier? Kann man das nehmen? Oh. Nägel! Ja, moin. Keine Munition für so eine Scheiße. Ja, aber einen Nägel gibt es hier ohne Ende, weißt du? Ein bisschen Sprit fürs Bike. Cool. Ja, das Problem wird jetzt aber auch unsere Mission sein, die wir aktuell haben. Ich gehe mal zurück zum Bike. Habe ich ahne, was schlimm ist. Da ist bestimmt ein Camp, was wir komplett ausräuchern müssen. Und wir haben einfach null Munition dafür. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das anstellen, wa? Fallen lassen. Ja, aber immerhin. Die Welt ist wieder ein bisschen, äh, sicherer. Können die da eigentlich auch wieder hingehen, neue Nesse bauen? Ne, ne? Das wäre eigentlich auch cool. Ja, du schlägst echt ziemlich schnell zu. So, mit dieser spekuläre, spektakulären Aktion gehen wir jetzt endlich mal, oh, zum Camp. Na, warte mal, kann es sein, dass wir doch da runter müssen? Ach ne, okay, gut. Ich kürz mal ab. Ui. Gibt's halt überall geilen Shit, ne? Boah, ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Grafik ist schon, also... Die Natur so gut darzustellen, da gehört einiges dazu. Das ist sehr schwierig. Die meisten nutzen halt immer so Grafiken, die halt echt schlecht aussehen. Aber das ist halt echt... Schon ein kleines Meisterwerk. Habe ich schon damals, als ich das auf der Playstation gesehen habe. Ziemlich krass verliebt in diese Grafik. Auch diese Atmosphäre, diese... Diese Bleiche und... Ich vergesse immer wieder, was am Aleri Mountain ist. Fragt mich nicht weh. Ja, ich hab... Oh, warte mal. Ich hab das Gefühl, Booser fühlt sich ein bisschen nutzlos gerade, ne? Der kann halt echt nichts machen, aktuell. Der Arme, der tut mir voll leid. Mit einem Bunzenbrenner den Arm aufgemacht, quasi. Tattoo weggefräst. Alter. Man muss ja erstmal draufkommen, mit einem Bunzenbrenner jemanden das Tattoo zu entfernen. Aua. Weiß du denn, wo's lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Boosman, du hattest recht. Zwei Schuss, Mann. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Das sind Schuss, Mann. Scheiße, Mann. Ja, das war der klar. Der versteckt sich. Schnapp ihn dir. Scheiße, Mann. Wir haben wieder ein bisschen Munition. Ich hab eine sehr gute Verhandlungsposition hier. Ich würd mir nicht zu nahe kommen. Ich bin gefährlich. Oh, fuck. Du kannst nichts machen. Ich konnt nur zugucken. Ich bin so ultimativ safe da gewesen, einfach. Boosman, bist du wach? Ich fahr jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo's lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Ich hab mal noch gebraucht. Ich war so krass safe. Und dann will ich den Dudes echt noch, äh... ... ...leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. ...looten und dann sowas, Mann. Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Wie geht das, äh... ...los, Jungs. Mehr lang. Brauch halt trotzdem Munition. Also wir können halt gar nichts machen, ne? Ich hab null Muni für sowas. Ich werd jetzt irgendeiner schießen. Okay, sie haben ihn entdeckt. Ich glaub, sie kommt natürlich direkt auf uns zu. Ah, nein. So, na gut. Interessiert sie, glaub ich, gar nicht mehr, dass wir sie getroffen haben. Und das war's, glaub ich, mit Muni. Das war's, glaub ich, mit Muni, Leute. Da ist er. Tarnung wiedergewinnen. Ja, das kennen wir. Hier, hier! Nein! Nein, nein! Oh, fuck. Oh, ich komm nicht an die Waffe ran! Ja, komm, nimm dir die erst mal. Versuchen wir die alle hier. Zwei Lappen. So, okay, wir haben... Wir haben... Hä? Hab ich jetzt nicht die Schrotflinte genommen? Achso, mit R kann ich wechseln. Nein, schade. So, wir müssen uns noch lang genug verstecken. Dann lassen die wieder ab. Hier liegt noch ein bisschen Schrot, Muni. Ach, schon. Okay. Okay, wir haben nicht viel Schuss, aber es ist besser als gar nichts. Ah, ich will diese Waffe eigentlich nicht haben, ne? Gefällt mir jetzt nicht so. Da ist die Bärenfalle. Da ist die Bärenfalle. Ja, komm, geh rein. Was? Die sieht man doch. Mein Bein, mein Bein, mein Bein! Die sieht man doch. Hahaha. Mein Bein. Mein Bein. Meine Bärenfalle. Nein. Achso. Was hat er überlebt? Der lebt ja immer noch. Nicht. Oh ja, guck mal, was der Schönes hat. Oh, fuck. Ich will die Waffe von dem. Warte mal, ich nehme mal hier die Waffe. Oh, Gott. Und laufe da hin, bloß über die drübe, oder? Ach. Hab ich eingesammelt, Muni? Ne, scheiße. Der hat einfach keine Muni. So, dann gucken wir nochmal. No way, man. No way. Aber warte mal, die, die Pistole ist voll, ne? Kann ich speichern? Nein. Oh, fuck. Okay, ist doch nicht voll. Schade. Scheiße, ist doch nicht voll. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe einfach keine Muni, um irgendwas zu machen. Ah, fuck, man. Ich schieße mal die letzten vier Kugeln weg. Wo war die da? Jetzt rennen die da weg, Mann. Hier bist du. Wer wissen die denn immer so genau, wo ich bin, Mann? Ich glaube, ich renne einfach mal ein bisschen weg hier. Und komme von der anderen Seite, von hinten, weißt du? Die dürfen ja gar nicht wissen, dass ich dann von da komme. So rein in der Theorie. So rein in der Theorie. So, guck mal. Also wenn die jetzt noch wissen, dass ich von hier komme, dann weiß ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, drei Schussen der Waffe drin. So, der eine hat keine Ahnung, wo ich bin. Der andere hat mich gesehen. Zu ungenau. Alter, Headshot. Ich habe halt keine Chance, so eine Muni, ne? Gar keine Chance. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich komme da gleich wieder. Ich lebe nämlich gerade so in der verrückten Hoffnung, dass ich hier Munition irgendwo finde. Hier im Kofferraum. Wie oft versteckt man Munition im Kofferraum? Siehste? Gar nicht. Das Ding ist, da liegen jetzt schon ein paar Tote. Ja, oder halt im Nahkampf irgendwie wegprügeln, ne? Halt, Pils. So, kommen wieder von der nächsten Seite. Und wieder keine Ausdauer. Suchen die uns eigentlich noch? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wo ich bin.